ja ne ich weiß gar nicht was die hat 23 uhr fällt mir gerade auf so morgen abend dann mit deinem mann eventuell partie wenn er mit amnesia gut durchkommt genau ich wollte mich heute morgen schon fragen aber da habe ich ja schon alles abgebaut die menschen müssen es versehentlich von einem netz getrennt haben sicher nur ein verwaltungsfehle hier hat die verwaltung bewegt sich nicht bleibt da dankeschön total das blaue das hellblaue danke schnell weg hier ich dachte jetzt wir sterben beide also sterben ist irrelevant aber ich hab das gar nicht gesehen dass da unten was war da oben was 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 wo ganz oben zum mond hättest du eine wand hinsetzen können danke du solltest die geschütztürme vermeiden mhm wieso habe ich es überlebt und du nicht guck mal dein kopf ist ja noch nicht das ist ja weg toll weißt du nicht tut mir leid wenn man sich einmal verlässt ist mal verlassen mir wird schon mal in den hinteren geschossen junger man so wo muss ich jetzt hinschießen also und jetzt wir hätten da rein gemusst ups wir müssen zurück muss noch dahin oder nicht und Ich bin mein Butterhelfer jetzt! Ich bin mein Butterhelfer jetzt! Ich bin mein Butterhelfer jetzt! Doch man, ich war auch schon so weit! Ich bin mein Butterhelfer jetzt! Oh, mir ist kein... ...Fatzepalm-Geste. Entschuldigung. Wir sollten die doch hier nicht machen. Kann man jetzt weitermachen? Danke. Kannst du deine Sicherheitsportale stellen? Du musst als erstes. Das schon. Nein! Du hast was falsch gestellt. Danke! Wo sind wir jetzt? Oh, blöd. F-f-f-f-f... Wir hätten gar nicht von vorne anfallen müssen. Ich bin jetzt unten! Komm runter! Ich komm ja schon. Wommer ich hier runterkommen soll... ... Ich bin gleich tot, wenn du keine Wand... ...setzt. Ja, in der Hölle! Du bist die Königin! Wollen wir tauschen? Wollen wir tauschen? Du setzt die Wände. Da hat uns ja gerade eine bessere Koordination als ich. Ich hab keine Ahnung, was ich gegen den da machen soll. Euch fällt das Navigieren hier so schwer, dass ich wünschte, ich hätte den Test geschaffen. Nein! Fast geklappt. Ja, ist er. Die findet das wieder lustig. War nicht wieder Frecken an dem Ding, ne? Welches Portal habe ich unten stehen? Das gelbe, ne? Ähm... Nein! Das war nicht das gelbe! Trotzdem hätte es klappen können. Okay. Also, wie zum Teufel? Doch, es ist schon rein, wenn sie wollen. Ich kann aber sagen. Wie zum Teufel kommen wir da hinten hin. Wir müssen doch irgendwie von da nach da kommen. Ja! Ja! Da fälltest du da... Warte... Da! Was hinmachen müssen? Können wir da rauf springen? Und werden da... Ne. Ne. Das sollte eigentlich, man fällt da runter und von da nach da. So wäre es jetzt in meiner Logik. Hm. Warte mal. Du fällst jetzt. Warte. Ich muss ganz kurz nochmal gucken. Ne. Aber warum? Danke. Bitte. Aber es müsste doch eigentlich klappen, oder nicht? Ja, anscheinend ja nicht. Sonst wäre ich jetzt nicht schon das vierte Mal irgendwo zerschossen. Wir sind behindert. Ja. Und jetzt? Wir sind jetzt einfach das Ding mit dem Portal da hinten, ne. Komm einfach wieder hoch. Okay. Dieses Spiel. Komm dann einfach auf das Podest hier, wenn du oben bist. Okay. Ich bin da. Ich bin da. Entschuldigung. Wo bist du jetzt hin? Einfach da rüber. Hallo. Oh. Hi. Die Lösung war so einfach. Eigentlich. Ja. Ich hätte dich aber sterben lassen sollen. Wenn man weiß, wie es funktioniert, ist es eigentlich immer einfach. Eigentlich. Ja. Wenn man aber erstmal weiß, wie es funktioniert, muss man erstmal hinkommen. Ach ja. Wir haben es geschafft. Endlich. Oh. Seid ihr defekt? Seid ihr defekt? Sieht aus wie eine Funktionsstörung. Äh. 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 Warte. Was? Hast du dein Dingsportal noch? Nein. Ich bin ja durchgesprungen. Ich meine deinen Dingsens. Hä? Wir kommen doch von hier. Ah. Du kannst deinen setzen. Gut. Dann müssen wir hier. Spasten. Äh. Ich glaube, die Dinger deaktivieren sich gleich. Wo müssen wir jetzt hin? Oh. Au. Ja. Ich kann da nichts setzen. Er will klappen können. Aua. Das hat weh. Ja. Ja. Okay. Das heißt, wir wissen, wenn ich schon mal wissen, was wir machen müssen. Also auf die Schnelle irgendwie da unten einen Punkt finden, wo wir... Hm. Nein. Das bringt's nicht. Hä? Wo sind die Dinger hin? Guck mal, die sind weg. Hm. Hast du das Portal da unten? Nee. Wo ich noch mal hin? Hm. Hab ich. Und jetzt? Die noch zu Ende. Die noch zu Ende. Und dann, ne? Ja. Wo müssen wir hin? Ich kann da unten kein Portal setzen. Hm. 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 Da. Wo? Was bringt? Da. Dann fliegen wir da direkt runter, weißt du? Ja, ich muss es dann aber blitzschnell woanders hinsetzen, sonst fallen wir runter. Eigentlich nicht. Du müsstest das eigentlich nur hinter uns setzen. Und dann wieder vor uns. So. Wo ist die komische CD? Ach du hast du... Weiß das am besten wäre, wenn diese CD jetzt oben gewesen wäre. Ja. Was? Wollst du die hin? Steck die jetzt rein. Ich geh weiter. Geschafft. Das System hat wieder Strom. Ich bin voll verbunden. Ich kann alles sehen. Na toll. Es ist nichts passiert. Sehr schön. Das war so klar. Was auch sonst? Joa. Vielleicht haben wir ja Glück und sie hätte uns mal am Leben gelassen. Nee. Wir sind voll geschrottet. Hm. Haben wir mal so richtig volle Kanne. Schade. Hm. Hm. So. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4 gemacht. Jetzt haben wir noch 5, ne? Ja. Ja. Aber das machen wir... Jetzt. Jetzt, ne? Ja. Hau rein. Wo müssen wir hin? Du bist da oben. Da oben. Nein. Ah. Wie kann man hier versagen? Es ist nicht mal ein Test. Pfff. Pfff. Hihihihihi. Indem man Alba und Fela heißt. Ey. Das war meine Idee. Dieb. Du bist echt ein Dieb, ne? Weiß ich. Ich habe Angst. Äh. Nefе? Ich will da nicht runter. Ich hab Angst. Ich hab Angst.